Ich kann auch noch rein So, ja, wir müssen unsere Geldvorräte ein bisschen aufstocken und so So, so So, so So, wir sind noch nicht verreckt Ist halt nicht toll Also nicht schon wieder Also nicht nochmal Und ich habe immer noch keine Kippe gemacht Da seht ihr mal, dass dieses Exzessive Level mich vom Rauchen abhält Exzessive kann man sagen, ja Ich glaube es Gleich Level 60 Mama Level 60 Mal 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 Und ich muss ihn ins Azuri ja noch auf 65 bringen, weil ich will natürlich auch den Titel haben für Katsuya, man. Katsuha? Katsuya? Ihr wisst schon, Burst Mode, oder Sidenjager, oder whatever. Für mich ist alles Burst Mode, und nie egal ob das Hype Mega eigentlich steht oder so. So, ich hab's endlich geschafft, oder? Ich kippe es fertig. Er wird mal schneller da eigentlich. Oh boah. 93%, 93% schon. 94%, 94%, 95% hier. Schön. Alles aufheben. Ja, ich hab's noch nicht gesehen. 96%, 96% ab. 97% ab. Mein Gott geht halt ab. Ich hab's noch nicht gesehen. Wie gar nicht wissen, wie schnell das jetzt mit Level 1 oder so gehen würde. Von 1 auf 11 oder so. Level 60. So, noch ein Level, Leute. Dann haben wir neue Farbe. Und wir haben so wieder gleich 2%. Dort sind die 2. Dort sind die 3. Hier sind die 3 auf dem Fall. Ah, ist das fein. Fein, 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 Fein. Und unser Indie ist zwar nicht mal ansatzweise gefüllt. Das heißt, wir könnten das den ganzen Tag weitermachen. Aber so lange geht leider das EXP hier nicht. Boah, das wäre der Hammer, wenn das so lange gehen würde. Brauchst du easy Leveln. 1 so einen ganzen Tag. 500. Und das haben, das haben die Asiaten. Also die auf dem Korea-Server. Haben das am Wochenende andauernd. Diese 500 EXP. Die ganze Zeit. Wer wundert, dass die so hart war Leveln. Deswegen wundert euch nicht, wenn koreanische Spieler irgendwie voll schnell Mega Level. Oder ein neues Digimon auf Mega haben. Das ist... Weil das da einfach viel einfacher geht. Ah, kannst du klicken. Das ist meiner. Komm, 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 sei schneller. Meins. Oder? Nicht meins. Nein, ich glaube nicht meins. Nein. Ich bin blühen, ich bin blühen. Wie lange waren wir? 94. 94 ist er schon. Meck mich an, Bobo. Er ist ja fast... Max Level. Wenn 99. Ich glaube, 99 müsste immer noch Max sein. ja genau am montag kommt neues projekt zu dem ja auch jeden tag ich glaube 14 uhr werde ich das neue projekt starten scarlet blade mit breed lp, shuichi lp und euer astro mmo gerade in der open beta richtig lustig das spiel richtig geil gemacht viel nackte haut nur weibliche charaktere und so weiter und so fort zieht es euch auf jeden fall rein das game macht übelst laune wenn ihr es selber spielen wollt ladet es euch runter bei aereagames.com oder .de oder whatever das spiel ist fast durchgehend auf deutsch macht richtig viel spaß ich habe es bei kalix gg auf der die close beta gezockt und dann habe ich mir gedacht sieht nicht schlecht aus können wir nehmen ihr werdet später auch verstehen wieso alleine lock inscreen ist schon der hammer das ist ach ja da soll es mal nichts gegen so als kerl sowieso nicht als kerl sowieso nicht noch 70 prozent ich sage 68 prozent ja ok das ist 60 prozent ich sage 60 und wir sind bei level 61 Design M't Shiny Mt Unge た Es wird mein erster Coin sein Weil ich nicht gesammelt hab LUNA I am Mk Irgendwas Geh mit einem Virus Digimon here leveln Ist auch eine gute Idee Virus gegen Virus Immer nice Mach ich ja auch Data gegen Data oder so Ah hast du gedacht Meins Meins Sei meins Sei nicht meins Geh die Geh die Geh die Cool Geh die Geh die Geh die Keh die meins. Dann schweig Euer Ja, du sollst ihn schon töten. 52%, 48% fehlen noch. Nein, 54%, sorry. Ja, die hat schon kein Bock mehr. Oh mein Gott. Und wir gehen wieder drauf. Es sei denn. Es sei denn, er würde mal missen, aber tut er nicht. Gehen wir halt wieder drauf, kein Ding. Wir haben ja wieder fast 40% mehr XP. Scheiß drauf. Einfach nicht aufbringen. Einfach nicht aufbringen. Ganz ruhig, ganz, ganz, ganz ruhig. Einfach nicht aufbringen. So, einer von euch war da. Ihr werdet jetzt sterben. Wow, geh weg. Geh weg, bitte, geh weg. So geht das. Warum kann das nicht so immer laufen, wenn zwei so in der Nähe sind? Dass der eine wartet, bis der andere tot ist. Das würde das ganze doch viel angenehmer und leichter machen. Immer schön direkt die Dingens katschen. Die Lina in der Mitte nicht zu Unfällen kommt. Nächster Lina. Nein. So nicht. Oh. Haben wir nicht gesehen, sorry. So. 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 27% noch und wir sind ja. Okay, wenn man dazu rechnet, dass wir abgeschissen sind schon zweimal jetzt wieder. Geht das klein 15 Minuten wieder ein Level ab. Also. So.